Alex, was hast du? Einen Controller. Ich kann den mal ins Bild halten. Den wird der eine oder andere vielleicht noch wiedererkennen aus guten alten Super Nintendo-Zeiten. Aber damit hat er nichts zu tun. Es ist ein Controller von der Firma 8-Bit-Do. Und der Controller nennt sich SN30 Pro. Die haben ganz viele Modelle. Und das sind Bluetooth-Controller, die mit so den Konsolen, die wir heutzutage verwenden, verwendet werden können. Beispielsweise benutze ich den hier für die Nintendo Switch. Aber der funktioniert natürlich auch mit deinem Mac oder mit deinem Windows-PC oder mit deinem Raspberry Pi, weil der einfach für alles ausgelegt ist, was so Bluetooth spricht. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen Emulator auf einem Mac benutzt und so ein Gamepad sucht, dann ist der dafür geeignet. Ich finde den wirklich sehr, sehr gut geeignet für die Switch. Ähm, äh, ich, äh, ähm, hab so ein bisschen Probleme mit meinen, also ich hab erst mal keinen Pro-Controller mir damals geleistet zum Kauf. Und wir spielen jetzt öfters mal am Fernseher. Dann benutzen wir die kleinen, äh, Joy-Cons, äh, die ja an der Switch dranhängen. Und der eine davon, ich weiß nicht, ob ihr euch das noch erinnern könnt, ganz am Anfang gab es so eine Geschichte, dass der, dass der rechte Joy-Con irgendwie Verbindungsprobleme haben soll bei der einen oder anderen Konsole. Und ich hatte das eigentlich nicht festgestellt und hab auch nachgelesen, das soll sich irgendwie auf US-Modelle beziehen. Ähm, bei mir ist es jedenfalls der Fall. Also der, der, der muss extrem nah an der Konsole dran sein. Also das wird der getrennt. Deswegen musste ich jetzt auch mal einkaufen. Äh, und hab, ähm, hab D hier im Netz gefunden. Und, ähm, der ging verhältnismäßig reiswert her. Also ich hab irgendwie 28 Euro oder sowas dafür gezahlt. Man kriegt die sogar auch, wie ich jetzt in München, auf meinem München-Besuch gesehen hab, man kriegt die auch in so Elektromärkten. Ähm, also wie gesagt, die haben viele verschiedene Modelle davon, auch zu unterschiedlichen Preisen. Je nachdem, wie viel Joystick-Kombination man haben mag und wie und was für ein Muster man drauf, äh, möchte. Also weil den gibt's, das ist hier das klassische Super Nintendo, äh, Layout, ähm, was ich sehr mag von der europäischen Version, ähm, der sah natürlich anders aus, äh, in den USA beispielsweise und Japan. Ähm, und deswegen kann man da ein bisschen variieren. Also wenn man gerne die haben möchte, die sehen einfach dann so ein bisschen anders aus. Aber die, ähm, es ist ein sehr, sehr schönes, ähm, ähm, ja, Joystick, der sich mit vielen verschiedenen Sachen nutzen lässt. Ich sehe hier gerade, dass die fürs, äh, Super Nintendo und fürs Nintendo haben sie auch einen Bluetooth-Empfänger. Dann kannst du mit dem, mit dem drahtlosen Controller an deine alte Originalkonsole drangehen. Genau, wenn du nämlich so irgendwie, wenn du früher auf diese, äh, Joysticks irgendwie draufgestrampelt bist und die gehen so halt noch, dann kannst du einen modernen, ähm, einen Joystick verwenden mit den alten Konsolen. Eigentlich eine ganz, ganz nette, fesche Idee. Und wie gesagt, die sind preislich erschwinglich, meines Erachtens. Die sind auch gut verarbeitet. Ähm, ich war relativ überrascht davon, dass der USB-C mitbringt, also modernen Stecker zum Aufladen. Kabel liegt bei, ähm, und, äh, und der ist auch gut verarbeitet. Also, ich, ähm, ich würde damit, also, den kannst jetzt niemandem in die Hand drücken, der irgendwie hier professionell irgendwie E-Sport betreibt oder so, aber, äh, also für den, für die normalen, für die normalen Spiele, ähm, der passt für vieles, ja. Also, der, ich würde, der hat sogar so einen Rumble-Effekt, das ist jetzt nicht irgendwie HD-Rumble, sondern es ist so ein normaler Rumble-Effekt. Da darf man sich nicht zu viel versprechen. Ähm, aber der Pro-Controller, der kostet ja auch gleich irgendwie 70 Euro, glaube ich. Das ist so die, der nächste Schritt, den man machen kann. Ähm, aber wenn man so ein bisschen was Retro-Gestyltes haben mag und was haben möchte, was man halt an vielen verschiedenen Geräten betreiben möchte, dann ist der ganz cool. Ähm, und wie gesagt, ich finde den cool in der Hand und, ähm, auf der Switch, alles, was wir bislang gespielt haben, äh, damit funktioniert einwandfrei. Also, hat eine, hat eine Anzeige, hier unten eine Lichteranzeige, dass er verbunden ist. Wie gesagt, aufladen über USB-C und, ähm, einschalten über so eine Tastenkommission. Die steht auf der Rückseite vom Controller. Bei der Switch ist das, ähm, Start und Y und dann ist der aktiviert und der geht mit der Switch aus. Also, es ist wirklich, äh, vollwertiger Controller an der Switch. Und, ähm, ja, also einfach mal, die gibt's auf echt verschiedensten Wegen, kann man die beziehen und in verschiedensten Layouts ist eigentlich ganz nett, sich da so eine, könnte man sich fast geneigt sein, so eine Kombination, also so eine Kollektion zusammen zu klicken. Ich mag die, ich mag die echt, äh, sehr gerne. Und ich wollte den jetzt ausprobiert haben, ähm, und, äh, zwei Wochen hab ich den, glaub ich, schon. Und, ähm, Sonemann spielt da mit und ich hab den logischerweise auch schon ausprobiert und, ja, der ist echt gut. Ich glaube, Sönke hat mir mal aus Japan original Super Nintendo Controller mitgebracht. Mhm. Sehr gut. Weil die, die, die normalen Nachbauten, die waren hier, es war alles Mist irgendwie. Ja, 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 ja. Und dann hat er irgendwie dort im Gebrauchtwarenladen in so einer Plastiktüte für fünf Euro oder sowas hat er original fast wie brandneuer Super Nintendo Controller gefunden. Ist relativ lustig, weil, ähm, äh, in, äh, wenn du durch Akihabara ziehst und die, die Videospielgeschäfte dort, dann siehst du halt, ähm, so hinter den Tresen auch so Leute, die reinigen Controller, weißt du, die nehmen die komplett auseinander und die reinigen das Plastik, so hammerhart, bauen die da wieder zusammen und dann haben die da so einen Föhn und schweißen den halt in so eine Plastikfolie selbst wieder ein. Ähm, und dann, dann ist halt nicht wirklich als Firma so eingeschweißt, aber er ist eingeschweißt in was und ist relativ, ähm, da kannst du, kannst du einfach noch wie heute kaufen, kannst du da so Super Nintendo Controller kaufen. Mhm. Ist recht, äh, recht lustig. Gut. Gut. Gut.